Zerfa Confuse-Strahl, nehmen wir auf jeden Fall rein Zu Gesang Und Zerfa, tschüss Das ist wie die Pest, du kannst keine weiteren Items rein Ja Ist auch meine Lieblings-Aussage bei Pokémon hier Na schon, ne? Nervt etwas, aber nur leicht Ja, nur leicht, ist klar Dann nimm's Zerfa in dein Gesicht Ich hoffe, jetzt alle Pokémon können Poption erlernen Item, Superdrunk, Superdrunk Ein Carbon Einer reicht Ich glaube, wie ich mich kenne, ist nicht so blöd und darf hier nochmal rein Ja So Ist halt so blöd Weißt du, wer geht? Ne, ne, ne Ja, du kannst keine weiteren Items tragen, mir doch egal Zerfa 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 Quapsle! Schwapsle! Ja, jetzt... Quapsle! Quapsle Schwapsle! Ein Ohrweil! Oh, riesig das Ding! Lapas wurde besiegt, ja warum? Weil's Gift gehattet! Blöde Arschgeigen! War das gar nicht? Ah, wo komm ich denn? Ah, hier kann ich Surfer einsetzen mit dem Pokéball holen... Tf18... Interessiert keinen... Kannst du bitte, danke... Wo ist denn ein Pro-Common-Center? Ein Pro-Common-Center... Heilen, jetzt kann ich auch noch trainieren... Ja, da muss ich sagen... Toosch... Hm... Toosch, Toosch, Toosch... Und, wo gehen wir trainieren, ne? Wo gehen wir trainieren... Glaub ich... Och, nö! Fick dich! Arschloch... Nö, lass uns sein, danke... Ich bin grad rausgeflogen... Wie, rausgeflogen? Das ist ja Farid-Sonne... Ah... Und ich war grad beim Haus... Ich hab nur keine Kohle, um da nochmal reinzugehen grad... Ernsthaft? Ja, ernsthaft... Du, kleiner Assi... Nö... Ich find das herrlich... Ich nicht... Mir macht Spaß... Nein, so ruhig... Ach, Zeit, was ist denn das Problem? Hast du halt... Nicht genug Geld, um dir Server zu holen... Kann nur nochmal rein... Schade... Einmal... Aber nur noch einmal, ne? Einmal... Oh mein Gott... Mal gucken, was kostet denn hier... Hat das Trattini gekostet? 2... 2.800... Ne, 4.600... Äh... 2.800... Na, weil mir kostet das 4.600... Ha, ha... Egal, ich spiel'n da runter, sonst kaufe ich mir die Dinger gleich einfach... Wie die Flampe... Drrrrrr... Komm, wir drücken einfach ganz schnell... Gleich ist ein Faggete... 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 Oh, hätten fast 7 dann sein können... Ne... Doch... Nein... Wär schön gewesen... Ja, und? Hättest du trotzdem nicht bekommen... Warum denn nicht, ja? Pumelow... Pumelow gibt 15 Münzen... Vor allem, das ist so kreuz und quer hier, dass man echt die Zeit verschwindet da durch allwegs... Beim Laufen... Nää... Ey, du hast ja auch bestimmte Schritte... Ja, ich weiß... Deswegen musst du genau wissen, wo du langen musst... Alter... Boah, welches jetzt kommt jetzt noch so ein paar was... Ey, mich hab immer Flucht gemacht... Naja... Mach ich auch grad... Haaa... Aus der Gewohnheit drücke ich mal auf... 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 Die B-Taste, dann schnell laufen... Voll die Gewohnheit, echt... Gibt's doch Kirschen gerade zu gewinnen... Ich will keine Kirschen gewinnen... Ein Blutzuck... Ich will paar Siebenden und paar Bars haben... Einen Blutzucker... Dip 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 dip... Dip 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 dip... Dip 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 dip... Ja... Ja... Irgendwo ganz hinten am Ende... Aber wir kaufen jetzt erstmal... Doch... Fuck ey... Das kann jetzt etwas dauern... Tralalalala... Du bist ein Bauer... So viel Geld habe ich gar nicht, oder? Ne... So viel Geld habe ich gar nicht... Ne... Mh... Du... 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 Doch... Also viel Geld habe ich doch noch... Und wieder rausgezogen... Ach... Leck mich doch... 4600 Münzen... Tralalalala... Da habe ich immer noch genug Geld... Und... Dratini kaufen... Yo... Nein, ich möchte Dratini keinen Spitz haben... Ja... Ich habe keinen Platz mehr im Mittag... Deswegen ist es bei mir im PC... Dankeschön... Ah... Ne... Pippi und Abra... D... 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 Es gibt das trainieren... Da trainieren... Da trainieren... Da trainieren... Wo war denn nochmal der Magma-Mensch? Pyro... Welche Insel? Ah... Ja... Komm... Ich habe mich auch lieb... Ich muss wieder noch für Karte gucken... Dann weiß ich es... Wo ich wieder nicht war... Ja... Da... Da war ich... Haha... Der Zillibar Ohr Insel... Ich hoffe es geht dir vielleicht... Ich bin noch Mittags auch... Äh... Fliegen... Mh... Oder... Ich... Komm ich geh mit Lapras weiter... Bitte stirbt... Du bist so behindert... Warum? Hast du jetzt... Hast du jetzt ein Ohrwurm? Nö... Okay... ein traubsi eine traube in taubsi form ein traubsi nein nicht tauschen surfer my lady ein traubsi ja meinige du nimmst am triathlon weil wen juckt's ja genau du hast ein schiller sicher ich bin auch fast auf der insel gewesen so arschgei gedanke nachsteigen schleimung ich hasse mimi krimi mimi das ist komische haus hier ja jetzt schaffe ich das aber endlich mal